Neuaufnahme oder eine Wiederholung nein neue Aufnahme Köln schon ein paar Punkt ja 25 Minuten wo auch und gar nicht mehr das ist so ein großes Schilter wenn ich heilen ich merke schon ich wollte dich halt nein nein Exklusion überall das ist ein das ist so ein Chaos ich geh nicht Ich kann die so ein bisschen Abstand halten müssen. Ach, kaum. Wie, ich bin da weiter aufgegangen? Weil nicht. Oh, oh. Gut. So much force, Spalter. OMG. Ich will auch einen. Revive? Ich will jetzt einmal Zunichtungen machen und alle sind tot. Ja. Oder nur Markus. Das ist genau. Let's end this. Ihr drüßt sich immer mit einem kalten Froschspot aus und dann geht's los. Hm. Ganz einfach. Ja, genau. So einfach geht selbst gut. Ja. Markus. Tschölo. Ganz so gut. Alles unter Kontrolle. Ach, das ist so schön einmal Zunichtungen zu machen. Da hat mir leid. Ah, ne du bist schon draußen. Sehr gut. So. Boah. 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 Oh. Jetzt rückt mich gleich. Boah. Die Kreuzze Strahlen. Nein, nicht die Strahlen! Kreuzen! Oh! Hör mal, wir sind doch schon drin! Kurzes Gewichtnis verdunen! Nee, in einer anderen Marmer drin! Das hast du da vorne! Oh, süß! Staubusche! Hey, da versteckt sich ja eine! Oh, die Einzelteile noch! Oh ja! Steinrüstung! Eissteinrüstung! Most badest motherfucker of the world! Und Sparkels! Und Fabulous noch gleich dazu! Puff! Puff! Weg, Isis! Vlad! Der war nun Spur! Spatz, Jiguba! I teskir de Kreparepa! Und weg, Isis! Jo! So! Ja, das ist aber gut zum Nahkampf, weil da können die nichts tun, solange die man nicht angreift! Ja, stimmt! Also öfters mal auch Nahkampf einsetzt! Was soll sein? Tch! Tch! Neunig warnt die Prozent gut gemacht unser Verbandes gesichert das meinten Frau Spalter ich bin schon gekommen und Bohnen funktioniert muss man auch man kann hier gar kein Phönix rufen können wir uns zu wissen überhaupt so erst löscht ein Wertschwert okay dann trocknen das machen was der Schwerst bis zu sehen nicht so hier aus und sonst 7 2 Zustände leben da ist unser Tod der Magiker ja geil dass du meine Nackaufangehörfe von hinten eingefroren von hinten blockt Magiker Logik ja oder so langweiler langweiler binnen hier und nur vor allem ist einfach der das und gleich können wir das finden wenn wir näher kommen und und ja du kannst ich würde euch nie nein 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 da ist ein Generator und ich bin runterge Real College ja ich war gefallen nein nein Oh, sehr schön. Was? Schon wieder. Nicht alleine laufen. So, jetzt. Oh, zwei Verschmutter. Ups. Ja. Hält und so. Jo, ist gut. Warum einfach, wenn es auch schwer geht? Eben. Da unten ist bestimmt was. Also hier oben ist was? Was schmeißt du denn das für komische Brüder in den Bomben? Ein Boss oder so? Ah. Nicht heilen, nein. Obwohl doch. Ich weiß, dass Leben untoten Schaden macht, aber ich bin entscheidend nicht so untot zu sein. Da gibt's nicht so, da geht's. Da gibt's nicht so, da geht's. Ja. Wollte ich da gegen Bomben? Ja. Wollte ich da gegen Bomben? Hm, okay. Du bist so, da geht's nicht so. Mensch, mese. RIP in pieces. Oh, diese. Ach, kann ja, kann. Du musst ein Gepanzerten. Hä? Die machen wir dazu nicht. Du musst das sein. Du ist doch geil. Jo. Du machst die Arbeit mir schon zu. Ja, ist ja besser, wenn ich nicht so Steinklöpze im Weg hatte. Das ist ja Rückstuhl-Strategie. Wie jetzt. Aber die sind wichtig. Ja, damit ihr schön, äh... Mh. 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 Mal kurz schön. Ja. Das war nicht geil. Ich hab' nicht gesehen. Best Man, ey. Ich bin einmal zu viel auf dem Wettel im Erzähl. Best Man. Sorry. Fuck. Egal, jetzt wissen wir ja die Taktik. Aber dann das schnell, ja. Oh, ja. So. 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 Kumpf doch ist anders das war ein bisschen die ganze Zeit weil irgendwer stell ich nicht die Größe nicht macht dort was machen muss ziemlich gut nur bei den Schönen zu tun macht eigentlich permanent ist der einzige zauberlich das was was von der Fall ist nämlich nun ich möchte immer noch zu tun Schocktropie versetzt von mir klappt es irgendwie nicht um die also die gepanzerten die Kondens so würde wie die Stande einfach mal Ruhe lassen aber zumindest von der Seite erst mal nichts mehr zu tun dass man nicht kurze Wieso mach ich abwechselnd leben und dann ich brauchte er ist ja ok Prozent und das steht eine runter Spünnchen nicht mehr das ist nicht zu machen mit dem ich gewollte Stoßbank die und die Kunde sowieso nicht durch und trocken können sie auch nicht stellen ja aber so kam blocken er so aber selbst auf die entschieden bei von der Runde gibt sogar wahrscheinlich er Leute hat funktioniert sehr ineffektiv ineffektiv ich weiß gar nicht was zu fassen schade wie gut das funktioniert aber mir auch ein bisschen zu gut gegen mich meine ich und gesellig zu aber du kannst ja wieder zurück wie sie es da diese steine wenn ich nicht Wir sind überaus nützlich. Wenn du sie nicht so um dich herum stellst. Moment, die Kämpfen gerade gegeneinander da oben. Das ist aufgefallen. Ist ja langweilig. Nein, ich sterbe! Ah, sehr gut. Ah, ja, sowieso. Meins. Oh Gott, ja. Yes. Ja. Stopp. Toll. Soll ich dir am besten. Wodan jetzt? Oh Gott. So. Keine Verschuldigung. 101. Luftland in die Division. Falsch. Wir sind hier zu dem Anfang. Oh mein Gott. 101. Luftland in die Division? Geht so zurück. Soll. Wegen eben abwechselnd, ja? Na ja. Nur für alle Fälle. Das gibt's. Darüber. Ja, ja. Viel Spaß. Ich bleib hier. Zack. Ecksteine. Wundervoll. Einmal Vernichtung bitte und Simon es. Jo, mach mal. Ich weiß nicht, wie geht's zur Richtung? Nein, mach einfach. Äh, SE. Ja, mach dir mal. Ich bin hier. Letzte Rettung. Jo. Alles clear. Ich leuchte so schön. Gehe in die falsche Richtung. Machst du so. Machst du so. Ja. Nein. Nicht heilen. So. Nein. Nicht heilen. So. Nein. Nicht heilen. So. Und die Segel sehen irgendwie anders aus als vorher. Irgendwie so komisch pink. Nicht so groß. Ja, das hat den anderen gemacht. Der friert ein, glaub ich. Sicher? Überall zu. Oh. Der friert ein. Ja, friert wieder ein. Ja, und das waren die alten, ja. Mann ey. Nee, das wär, das wär Eis. Siehst du. Pferde. Wissen du schönes. Ah, Elchs, äh, Elchen. Ah, Elchs, äh, Elchen. Äh. 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 Ero. Ich wusste nicht, dass dann, ne. Du gehst. Du saust wie so nach oben aus. Junge. Raubenbewusstsein. Ah, Junge. Keine Seite bin ich aufgepasst. Na, genau. Sperr sie. Hier rein. Ja. Oh. Ja. Du darfst auch runter. Was ist da unten los? Was ist da unten los? Wambolin. Woll grad sagen, ich ruf der ganzen Hohen runter. Das ist die effektivste Waffe. Naja, stimmt schon. Oh, ein Steckpunkt. Oh, das ist was? Ähm, ja. Ja. Das hätten wir machen können. Als die Gegner noch da waren. Oh Gott, ein Boss. Ähm, einfach mitkommen. Ach so. Geht überhaupt? Ne, geht nicht. Ne, geht nicht. So, du musst doch das Spiel nicht. Man muss natürlich immer den Boss gegen uns liegen, ist doch klar. Ja, aber hier können wir vielleicht... So was machen. Wusste, wusste ich überhaupt. Ach so, das ist einfach nur ne Welle wahrscheinlich. Eine Welle von Gegnern. So, da ist jemand tot. Ja. Da ist der Boss oder? Ne, das ist einfach nur die Welle von Gegnern. Okay. Oh, Blitz. Das ist auch okay. Oh, Blitz, so was ich hier drauf haben. Oh blitziger ist das ja. und bei dieser Zeit er tut man sehr effektiv die Zeit die Zertik auf Kursus zwischen ihnen Ich glaube, ich suche jetzt mal die ganzen Sprüche raus. Ah, da wird das Schloss gemeint. Oh mein Gott. Äh, ja. And stuff. Leute, ihr braucht das Schloss nicht besiegen. Ja, lasst es mal. Und vielleicht, ja. Ohne mich geht auch, ja. Oh mein Gott. Braucht noch Zeit zum Caster. Die alles-du-Karten, aha. Oh, diese Grammatik. Uah. Objekte. Oh Gott, sind das viele. Yay, füllen, füllen die Elbe und oder so. Was ist was? Ja, scheinbar. Alle von denen noch, oder wie? Ja, alle von denen. Matrix-Dial. Ux, umtut. Moment, jetzt macht es mit Steine wieder Sinn. Wenn man die jetzt hier so in den Mitte packt. Das ist ja nicht richtig rein teleportieren. Ja, und sich selbst sprengen. Lass erstmal da drin. Ja, und sich selbst bakın. Was? Feuerrüstung anmachen Oder? Ach man kann auch keinen Meteoritenschauer machen Ohne Himmel, was ist los? Wie, noch mehr? Ja Oh, Narkov ist gut Oh, das ist sehr gut sogar Leck, das ist Agent Smith jetzt Ups Bestimmt, ja Hä? Hm? Jetzt noch Hat grad Übers geleckt Okay Leckt glaub ich immer noch wie so Der füllt Leben auf Wir müssen den einen töten, glaub ich Hey, wie füllt der denn Leben auf? Ich füllt den nicht Alter Alter Das leckt die Sau Das müssen jetzt die anderen, die seine Kumpanen Ja, ich bin tot Jaaaaa Höh? Ähm Ah, okay Wtf 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 Auf einmal war ich sofort tot, ja 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 Ich hab nichts mehr gesehen Ich hab nichts mehr gesehen